Akupressur der psychokorporellen Energiearbeit, Lektion 63 des Gratis-Selbsthilfe-Lehrgangs von Vivian Rauber, Psychologin Schweiz. Hier repetierst du nochmals den Perikard-Release und machst die Meditation Umarme das innere verletzte Kind deines Partners. Klopfe den Perikard-Meridian nochmals und spüre nochmals die drei Punkte. Der innere Verlauf beginnt beim Herzen, geht dann hinunter bis neben den Bauchnabel. Ein anderer Ast geht auf die Seite bis neben die Brustwarze, dann ein bisschen hinauf und auf der Innenseite des Armes hinunter bis zum Punkt Perikard 2, himmlische Quelle. Der befindet sich anderhalb Handbreiten unter der Achselhöhle in der Mitte des Bizepsmuskels. Berühr diesen Punkt sanft, geh mit einem Laser tief in den Punkt und finde die Lebensfreude. Klopfe jetzt im Meridian entlang weiter bis zum Ellbogen, die Mitte des inneren Ellbogens, bis du zum Punkt Perikard 3 kommst, 3-Yin des Ellbogens. Spür das Pulsieren, geh tief in den Punkt hinein und finde die Lebensfreude. Visualisier oder klopf jetzt auf der Innenseite des Armes weiter hinunter bis zum Perikard 6, innere Harmonie. Dieser Punkt befindet sich, drei Finger oberhalb des inneren Handgelenkes. Spür das Pulsieren des Punktes und geh tief in innere Harmonie hinein mit einem unsichtbaren Finger und finde die Lebensfreude, die Erlaubnis zu Herzensnähe und herzliche Intimität. Klopfe weiter bis über die Mitte der Handfläche, bis zum Mittelfinger, bis auf die Fingerkuppe des Mittelfingers Perikard 9. Kannst du den Perikard-Release schon, die Perikard-Behandlung? Mit der einen Hand gehst du auf Dreifacher Wärmer 15, den natürlichen Arzt in der inneren oberen Ecke des Schulterblattes und mit der anderen Hand gehst du aufs Herz in die Mitte, zum Konzeptionsgefäß 17, zwischen den Brustwarzen. Spür das Pulsieren, geh tief hinein mit deinem Laser zum natürlichen Arzt und finde diesen natürlichen Arzt, diese innere Intuition, dieses Wissen, was für dich gut ist und verbinde mit dem Herz. Spür die Verbindung und sieh sie. Bleib bei natürlichen Arzt und geh jetzt um die tiefe Freude zu finden. und verbinde mit dem natürlichen Arzt. Gehe zu Perikard 3, drei Jungen des Ellbogens, auf der inneren Seite, in der Mitte der Falte. Spür, Gehe tief hinein in den Punkt. Finde diese tiefe Freude und verbinde beide Punkte. Du bleibst auf dem natürlichen Arzt und gehst zu Perikard 6, innere Harmonie, drei Finger oberhalb der inneren Handgelenksfalte. Spür das Pulsieren. Spür das Pulsieren. Gehe tief hinein, um die innere tiefe Freude zu finden. Und verbinde mit dem natürlichen Arzt. Sieh die Verbindung und spüre sie. Gehe jetzt zum Perikard 9, dem Mittelfinger, die Kuppe des Mittelfingers, vielleicht musst du die Hand wechseln und mit der anderen Hand auf den natürlichen Arzt gehen, um mit dem Daumen deinen Mittelfinger decken zu können. Spür das Pulsieren und verbinde mit dem natürlichen Arzt. Falls es unbequem ist für dich, den natürlichen Arzt immer zu halten, kannst du als Fixpunkt das Herz nehmen. Mach es doch gleich auf der anderen Seite. Halte mit einer Hand den Punkt zwischen den Brustwarzen und mit der anderen gehst du auf Perikard 2, himmlische Quelle. Spür, geh hinein, finde die Freude und verbinde. Und verbinde. Geh auf Perikard 3, dreihin des Ellbogens, spür, geh in die Tiefe des Punktes, finde die Freude und verbinde mit dem Herzen. Geh auf Perikard 6, innere Harmonie, spür, geh in den Punkt hinein, finde die Freude und verbinde beide Punkte. Geh zum Perikard 9, zur Mittelfingerkuppe. Das kannst du bei der freien Hand machen. Spür und verbinde. Umarme das innere, verletzte Kind deines Partners. Mach mit mir jetzt die folgende Visualisation. Umarme zuerst dich ganz liebevoll. Umfasse dich mit beiden Armen. und nimm wahr, wie du dich liebevoll umarmst. Spür, wie du halten musst, ganz fest oder ganz zart, dich kaum berührend und lass bei der Ausatmung die Schultern fallen. spür jetzt diese liebevolle umarmung. Ist es so richtig? Oder möchtest du fester oder zarter gehalten werden? oder wie? Und hör, was diese Arme dir sagen. Ich hab dich ganz fest gern. Genau so, wie du bist. ich bin gerne mit dir zusammen. Ich liebe dich. Höre hin und sage jetzt deinem großen Ich, was du gerne hättest. dass das große Ich von ihrem Partner für dich erbitten solle. Sei jetzt wieder dein großes Ich, welches dein inneres kleines Kind umarmt und hinhört auf das, was es gerne von deinem Partner möchte. Visualisiere jetzt deinen Partner vor dir und lass eine rosa farbene Lichtbrücke von deinem Herzen zu seinem Herzen gehen. Spür diese Verbindung von Herz zu Herz. Fühl die Verbindung von Seele zu Seele. Spür diese machtvolle Energie, diese tiefe bedingungslose Liebe, die den anderen so annimmt, wie er ist. Auf dieser spirituellen Ebene erzähle jetzt deinem Partner, was dein inneres kleines Kind gern von ihm hätte. Wie reagiert er? Was sagt er? Und jetzt frage deinen Partner, was möchte dein inneres Kind von mir? Höre hin. Wie fühlst du dich, wenn du das hörst? Lass jetzt die parallele Atmung durch alle vier hindurch fließen. und atme jetzt die nährende Energie von Mutter Erde durch die zwei Erwachsenen und die zwei Kinder hinauffließen und lass diese Energie vor allem die zwei Kinder nähren und lass die Erdenergie auch das gemeinsame Energiefeld nähren. Lass nun den reinigenden Regen durch alle vier fließen. Lass den Regen in vielen imaginären parallelen Kanälen hinunter fließen und das gemeinsame Energiefeld reinigen und vor allem auch die beiden Kinder. Lass den Regen alle Verletzungen von früher mit sich nehmen. All die früheren Verletzungen die euch heute daran hindern eine gute Beziehung zu haben. Lass nun den Wind durch alle vier blasen. Vor allem auch durch die zwei Kinder. Um alles weg zu blasen, was euch an einer guten Beziehung hindert. Lass nun die wärmenden Sonnenstrahlen durch alle vier Kinder und vor allem auch durch die zwei kleinen Kinder. Lass die Sonnenstrahlen das gemeinsame Energiefeld erwärmen. Wim war wie jetzt die universellen Lichtstrahlen durch alle vier fließen und das gemeinsame Welt kräftigen. Nimm jetzt dein eigenes kleines Kind in die Arme und sag ihm von jetzt an werde ich mich um dich kümmern und mich darum bemühen, dass du alles, was du brauchst und möchtest bekommst. Zeige jetzt deinem Partner dein kleines inneres Kind und sag deinem Partner weißt du manchmal wünschte ich mir von dir dass du mein kleines Kind in die Arme nimmst auch wenn ich natürlich weiß dass es nicht deine Aufgabe ist dich um mein verletztes inneres Kind zu kümmern und bitte jetzt deinen Partner dein kleines Kind für einen ganz kurzen Moment in seine Arme zu schließen wenn er damit einverstanden ist gib ihm das kleine Kind und ihm während dieser Zeit sein kleines verletztes inneres Kind in deine Arme wenn er und du das wollen umarme das kleine Kind deines Partners dieses innere verletzte Kind lass es deine Liebe und dein Verständnis auf dieser spirituellen Ebene spüren und nimm wahr wie es sich anfühlt wenn dein Partner dein inneres Kind hält und du das Seinige spüren wie sich das anfühlt lasst euch Zeit und wenn ihr bereit seid gebt dem anderen das eigene innere Kind zurück und nehmt wieder das eigene in eure Arme Nimm noch einmal die Verbindung durch die rosa Seelenbrücke wahr spüre die Verbindung von Herz zu Herz von Seele zu Seele und umarme deinen Partner auf dieser Zivillen Ebene Zivillen Vielen Dank. 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 Vielen Dank.